Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Crawley 101. Im heutigen Video stelle ich euch ein neues Spiel vor, nämlich Raze. Dieses Spiel zählt zu meinen ersten Spielen überhaupt und wusste mich von Anfang an zu begeistern. Auch heute macht es sonst der Grafik noch viel Spaß es zu spielen. Dieses Action-Reihe-Shooter-Spiel lässt sich kostenlos auf Armorgames.com zocken. Er handelt vom Kampf zwischen einer Menschen-Fraktion, Roboter-Fraktion sowie einer Alien-Fraktion. Link zum selber spielen findet ihr natürlich in der Beschreibung. Fragen, Anregungen bzw. Beschwerden stehe ich gerne zur Verfügung. In Raze geht es zunächst im ersten Teil der Story darum, die Erde vor der Zerstörung und die Aliens zu bewahren. Dabei werden die verschiedensten Aufgaben übernommen, wie z.B. Trainingsmissionen, Verteidigungsschlachten, aber auch Kämpfe gegen Zombies. Im zweiten Teil der Story findet man sich als Alien wieder und muss genau das tun, was im ersten Teil der Story versucht wurde zu verhindern. Doch dazu mehr in den folgenden Videos. Achja, wollt ihr mehr Raze-Videos von mir sehen, so gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ich spiele Raze derzeit auf Armorgames.com, eine sehr gute Spiele-Webseite. Jedoch lässt es sich sehr wahrscheinlich auch auf einer anderen Webseite spielen. Raze wurde am 25. Februar 2010 bei Armorgames.com erstmals aufgenommen und wurde mittlerweile schon mehr als 32 Millionen Mal aufgerufen. Nebenbei bemerkt gibt es bereits zwei Nachfolger, welche zu gegebener Zeit vielleicht einmal vorstellen werden. Diese sind nach meinem Ermessen aber nicht so gut wie der erste Teil der Reihe. Nun wünsche ich noch viel Spaß beim Anschauen meines ersten Race Let's Plays. Ich hoffe, euch beim nächsten Video wieder mit dabei zu haben. Take it to the top, euer Gamer Crawley101. Pay to für ein Donner in den Das war's für heute. 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 Das war's für heute.